In Hongkong haben die Zusammenstöße zwischen den Demonstranten und der Polizei eine neue Ebene erreicht. In den vergangenen Tagen ist es zu den gewalttätigsten Ausschreitungen seit Beginn der Antiregierungsproteste vor rund fünf Monaten gekommen. Chinas Botschafter in London Liu Xiaoming wirft indes unter anderem Großbritannien vor, auf der Seite der Demonstranten zu stehen. Wir haben der britischen Seite unsere Position zu den unverantwortlichen Bemerkungen in Bezug auf Hongkong dargelegt. Ich denke, wenn die britische Regierung die Polizei Hongkongs kritisiert, kritisiert sie die Regierung Hongkongs für den Umgang mit der Situation. Sie mischen sich in innenpolitische Angelegenheiten Chinas ein. Sie geben an, neutral zu sein, aber in Wahrheit ergreifen sie Partei. Damit reagierte Liu Xiaoming auf einen veröffentlichten Bericht des britischen Parlaments über die Lage Hongkongs, in dem es auch um die Proteste geht. In Berlin verurteilte die Bundesregierung die Eskalation der Gewalt in Hongkong. Die Bundesregierung mahnt alle Seiten, die Demonstranten wie auch die Polizei, zur Zurückhaltung und zur Dialogbereitschaft und hofft, dass konkrete Maßnahmen der Deeskalation schnellstmöglich ergriffen werden, um zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zu kommen. Unterdessen entschied das oberste Gericht Hongkongs, dass das Anfang Oktober von der Regierung verhängte Vermummungsverbot verfassungswidrig ist. Rechtliche Grundlage war ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!